Dieses Retreat ist ein ganz besonderes Retreat, denn wir reden hier über Persönlichkeitsentwicklung auf einem völlig anderen Level. Du hast hier wirklich die Möglichkeit, ganz tief in dich reinzugehen, in dich reinzuschauen und du bekommst auch die Möglichkeit, durch jahrtausende alten Techniken wieder zu dir selber zu finden. Gerade weil ich noch ein spiritueller Anfänger bin, das erste Mal aus mir rauskommen konnte und wirklich diese Glaubenssätze, die ich hatte, lösen konnte durch die verschiedensten Aktivitäten, vom Breathwork her, gerade die Sachen, die man als erste Mal gemacht hat, oder Zuko. Es war wirklich wundervoll, vor allen Dingen die Menschen, die Energie, die hier herrscht, die Organisation, die ist phänomenal. Alles ist so detailverliebt und es macht wirklich viel, 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 viel Spaß. There is a way. Das, was ich am tiefer gespürt habe, war, sich selbst wieder mal zu erkennen, wer man ist. Und sich zu akzeptieren, wie man ist und durch das sich selber Raum zu geben und zu sehen, dass andere auch einen Prozess durchgehen und dass man eben in der Gemeinschaft ist. Auch wenn man oft mal meint, man ist alleine, ist man trotzdem in Gemeinschaft mit den anderen verbunden und Hilfe ist ständig da. Man muss manchmal nur dran fahren. Das, was ich am tiefer gespürt habe, war, 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 war. Das, was ich meine drawですね. Das war die Gerw